Ja, servus liebe Freunde, hier ist der Mann der guten Laune, hier ist euer Gute Laune Boy, richtig schön, dass ihr wieder da seid. Bald ist Oh Happy Day, denn es ist bald Valentins Day, jawohl. So, und bei mir ist jetzt erstmal wieder Gruß und Kusszeit. Ich hab euch alle mega lieb da draußen, ich sag nur noch Piep, Piep, Piep. So, und ich möchte jetzt grüßen und ich leg gleich mal los. Und zwar, ich muss es ablesen, weil es wird tierisch viel und es wird immer mehr. Es ist toll, es ist schön. Also Freunde, fangen wir mal an mit dem IBIMS1-Fisch. Der lässt fragen, hey, kannst du mich auch mal grüßen? Bin der Cedric und werde morgen 15 Jahre alt. Ja, also lieber Cedric, ich werde dich jetzt nicht grüßen. Äh, ich werde, sorry, ich werde dich jetzt grüßen, aber ich werde dir nicht gratulieren, weil, äh, sonst gibt es, ja, nur Unglück. Und das wollen wir ja nicht. Also, ich werde da morgen auch nochmal ein Special Geburtstagshammer-Video für dich rausrücken, lieber Cedric. Aber sei gegrüßt, schön, dass du da bist, bleib gesund und munter Mensch, dass du wirklich morgen feiern kannst. Freunde, was würde ich jetzt geben, um noch einmal 15 zu sein? Da wäre vieles anders wahrscheinlich. Du hast noch alles vor dir, meine Herren, meine Herren. So, leg mal weiter, leg mal los hier, gebt mal Gas, so, und dann, Achtung, 2006, Brabus, sagt, grüß mal, die Marion Beuerle von der Schoenberger Narren e.V., vom Daniel Burkhardt, also ich. Also, nicht ich, sondern der Daniel Burkhardt, ja, die Marion Beuerle, also Schwester Marion, sozusagen. Für mich ist sie, die Schwester Marion, die Schwester aller Marions, die Marion Beuerle von meinen Schoenberger Narren, jo. Grüß mal doch mal, liebe Schwester, wenn du das hier hörst, Grüße vom Daniel Burkhardt, ne. Also, aber auch cooler Name, 2006, Brabus. Ja, Freunde, wie kommt man da rauf? Sagt mir einfach mal, wie kommt ihr da rauf, wie zum Beispiel Ibims 1 Fisch? Würde mich mein tierisch interessieren, wie kommt man auf so einen Namen? Genauso, 2006, Brabus. Warum 2006? Ist da irgendwas vorgefallen? Würde mich interessieren. So, und da ist er mal wieder dabei, hier der Grottenolm. Der Grottenolm fragt, grüße Mimon Baraka, bitte. Tu ich doch. Also, Mimon Baraka, ich grüße dich, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuschaust. Und bleib gesund und munter wie ein Fisch, Mann, oh Mann. Und geh nie unter, ja. So, dann der Grottenolm schreibt nochmal. Kannst du mal bitte Mimon Baraka, hab ich gegrüßt. Ja, da läuft schon, da kommt der nächste Gruß rein, wahrscheinlich. Mimon Baraka grüßen und den guten Kreativ Gaming Channel. Ja, also ich grüße Mimon Baraka und den Kreativ Gaming Channel. Alle, die da drauf sind auf diesem Channel, seid gegrüßt. Jawohl. Ihr seid cool, ihr seid klasse, ihr seid top. Ja, so sieht's aus. Dann möchte ich hier, so, ich muss mal scrollen. Achtung, dann möchte ich den Philipp Lutz grüßen. Schön, dass du da bist. Phil, jawohl, du machst alles richtig. Du bist am Start hier. Und ja, hier ist gute Laune, garantiert. So, dann der Thomas Mangoff kommentiert. Ehrenmann, vielen Dank, danke schön, danke schön, danke, vielen Dank. Kussi Bussi, es ist Gruß und Kusszeit. Dann Mein Gamer kommentiert. Herzlichen Glückwunsch zu 300 Abonnenten. Vielen lieben Dank, danke schön. Mittlerweile sind es 305. Auch dafür vielen lieben Dank. Und Dom The Craft hat sich bedankt für den letzten Gruß an ihn. Ja, und da möchte ich mich auch bedanken bei Dom The Craft fürs Fahren vom Wochenende. Es war wieder mega geil und ja, das alles hat's teil. So, da muss ich mal gucken. Dann haben wir noch jemand, den Dave M. Schön, dass du da bist. Jawohl, sauber, sauber. Ja, finde ich einfach geil und ja, super, top. Und mit diesen Toppchen, Topbildern verabschiede ich mich und sage, piep, piep, piep. Ich habe euch wie immer da draußen, egal wo ihr seid, wie immer lieb. Egal in welchem Land, denn es gibt nichts, was mich noch hält. Und schöne Grüße an den Rest der Welt. Und tschüss.